Hallo, ich bin Jonas Ney und ich spiele Martin Rauch in Deutschland 89. Also wir treffen Martin Rauch jetzt wieder in seiner Heimat an. Er ist in der DDR in Ostberlin mit seinem Sohn zusammen, der mittlerweile sechs Jahre alt ist, Max. Martin ist alleinerziehender Vater, die Mutter von Max ist mittlerweile beim KGB in Moskau. Und das ist letztlich eigentlich der Moment, wo wir jetzt wieder beginnen. Lenora sitzt im Gefängnis und die große Frage, die sich stellt, ist natürlich, werden die sich wieder begegnen und wie wird das wohl? Okay, neue Charaktere gibt es wirklich sehr, sehr viele. Ich mache mal einen ganz schnellen Durchlauf. Robotron-Kollegen Conny und Sven, dann die Grundschullehrerin von Max, Nicole Zangen, mit der Martin eine lange Zeit verbringen wird. Martin hat außerdem einen neuen besten Freund, Karl Baumgarten, dessen Familie lernt er auch kennen. Und mit Karl hat er eine ziemlich berauschende Mauerfall-Party. Ich habe irgendwie so Lust zu tanzen. Nichtsdestotrotz werden wir natürlich so einige von den Charakteren, die wir so lieben gelernt haben, in 83 und 86 auch hier wieder am Start haben. Svenja habe ich ja schon im Casting kennengelernt und ich glaube, sie hat ziemlich schnell alle unsere Herzen erobert. Sie ist eine extrem hervorragende Schauspielerin. Sie ist sehr, sehr intuitiv und sehr frei in ihrem Spiel und es hat einen wahnsinnigen Spaß gemacht, mit ihr zu spielen. Ähm, gestern Abend, das war, das war unerwartet. Sie, sie waren emotional. Da ist irgendwie mit mir hier. Ich mag das. Achso. Ja dann. Und ansonsten ist Svenja auch einfach so eine unfassbar lustige Persönlichkeit, dass ich echt sagen muss, dass bei einem halben Jahr, was man so miteinander arbeitet, Svenja auf jeden Fall auch mein lustigster Part an meiner Seite war, so auch jenseits der Szenen. Also kann ich jedem meiner Kollegen nur empfehlen, mal mit ihr zu arbeiten. Es macht enorm Spaß. Deutschland 83 ist halt auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr einzigartige Serie gewesen, schon damals. Also ich kenne jetzt tatsächlich kein vergleichbares Format, auch keinen vergleichbaren Blickwinkel, dieser junge Stasi-Spion irgendwie auf den Kalten Krieg. Und ich glaube, dass das einfach, ich persönlich bin ja jetzt auch Serienliebhaber und ich suche auch immer nach so ganz originellen Stoffen irgendwie. Ich mag das, wenn ich was sehe, wo ich denke, okay, das habe ich nicht schon, das ist kein Format, was ich irgendwie in tausend Farben schon gesehen habe, sondern es ist neu. Und Deutschland 83 war tatsächlich auf vielen Ebenen in seiner Machart was komplett Neues. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall so seinen Beitrag geleistet hat dazu, dass es so erfolgreich war. Also für mich persönlich ist, glaube ich, das Jahr 89 mit einem Mauerfall so etwas, was so völlig alleinstehend in seiner, vielleicht auch in seiner Symbolkraft ist. Ich finde es immer noch unbegreiflich oder beispiellos, wie es tatsächlich ein Volk geschafft hat, komplett ohne Gewalt so ein autoritäres Regime zu stürzen. Ich glaube, dass wir das Baby, sage ich jetzt mal, sicher in den Hafen tragen und dass wir alle ziemlich glücklich und stolz auf das sind, was wir hier geschaffen haben. Weil wir echt alle sehr an einem Strang gezogen haben und eine klare Vision verfolgt haben und da ist, glaube ich, jeder über seine Grenzen gegangen. Und das war dann eine ganz, ganz große Freude und ein ganz großer Spaß. Mic Drop.